Endlich ist es soweit, das langer Sehnte. Nein, es gibt kein tolles Update. Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir werden heute zum zweiten Mal die Mai-Feier-Reise spielen mit einer völlig neuen Insel. Heilige Scheiße, wenn das nicht vielversprechend ist. Ja, es gibt auch neue Items zu bestellen, also literally das Update. Ich glaube, der Max hat mir auch schon Papierhut geschenkt. Ich habe mir aber auch schon einen bestellt. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ich glaube, es gab auch noch ein oder zwei andere Sachen. Unter anderem, glaube ich, auch die Abschlussball-Sachen habe ich auch nie gezeigt, aber es lohnt sich ja nicht, dafür ein Paar zu machen, oder? So, das ist der Papierhut. Ja, toll. Und hier haben wir den Karpfenwimpel. Karpfenwimpel, mein Gott. Gut. Ist eigentlich ein ganz cooles Ding, aber ja. Oh, das ist verdammt riesig. Ich gucke mal gerade, ob das hier hinpasst, weil das ist ja jetzt eigentlich hier so ein bisschen mein Seasonal Spot. Deswegen, ja, natürlich passt es nicht, weil das mal wieder zu breit ist. Danke, Nintendo. Jetzt rege ich mich sogar schon über die Größe auf, ja. So ist es. Alter, die ist echt riesig. Holy Shit. Ja, gut. Dann kommt das trotzdem hier hin. Und den einen Blumenkasten würde ich, oder... Ja, doch. Ist schon ein Blumenkasten, ne? Würde ich dann hier stehen lassen. Und den anderen muss ich dann wohl entfernen. Oder ich stelle den... Ja, nee, das ist ja auch kacke. Ja, dann lasse ich das so. Dann ist das auch ganz nett. Ja, ja. Oder ich könnte auch eigentlich das so machen. Ich glaube, das lasse ich so. Das ist eigentlich ganz nett. So, das ist das Maximum an Gestaltung, was ich in den nächsten Tagen so machen werde hier. Ach ja, das Salz, man hört es, glaube ich, raus. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Update durchgespielt. Papierhut und Karpfenwimpel sind gesichtet. Ja, und jetzt kommt eben das Mai-Feierei-Event zurück, was letztes Jahr schon da war, wo wir den Olli treffen konnten. Ich kann ja auch gerade direkt nochmal den Gegenstand zeigen, den wir vielleicht gleich wieder in den Händen halten. Ich habe keine Ahnung, ob es ein neues Item ist, aber... Ja, ich gebe zu, es ist halt eine schwierige Sache. Der Koffer müsste da oben stehen, genau. Ollis Koffer haben wir da bekommen, letztes Jahr. Da sind unter anderem auch so Sticker vom Bus aus Let's Go to the City drauf. Das Taxi müsste, glaube ich, auch irgendwo drauf sein. Lurit auf jeden Fall. Hier ist Reiners Symbol. Ah, der Zug vielleicht ist auch doch kein Taxi drauf. Dann halt nicht. So, ich schmeiße den ganzen Kram auf jeden Fall mal ins Lager. Und, ja, ich glaube, ich darf ja sowieso nichts mit auf die Insel da mitnehmen. Und muss jetzt, glaube ich, erstmal zu Tom Nook dafür. Nee, aber ich verstehe die Problematik, wenn du jetzt halt sagst, okay, wir bringen das Event in der gleichen Form zurück. Ist jetzt halt eine andere Insel, okay. Aber wenn du jetzt eine andere Belohnung vergibst, ist das zwar schön für die Leute, die das letztes Jahr schon gemacht haben, aber die aus dem letzten Jahr können das dann halt nicht mehr bekommen. Natürlich kann man dem entgegenwirken, indem man einfach ab... Ja, sobald man das halt zum ersten Mal macht, bekommt man alle von allen Jahren von diesem Event die Items. Aber gut, klar, mit einer wachsenden Anzahl an Jahren wächst dann natürlich auch das Zeug, was man auf einmal bekommt. Ganz ehrlich, man darf ja sowieso nichts mitnehmen. Also, ich glaube, das wird sogar per Post geschickt. Ich weiß es nicht. Also, eigentlich sollte das trotzdem dann kein Problem sein. So, du willst mir wieder irgendein Kram andrehen? Danke. Wird direkt entsorgt. Ja, ich bin auf jeden Fall schon voll in der Aufnahme drauf... Äh, in der Aufnahme drauf. In der Aufnahme drin von Animal Crossing für den Gamecube. Und hab mir jetzt gedacht, ich werde das veröffentlichen. Also, ich werde anfangen, das Let's Play quasi zu bringen, wenn wir dieses Mai-Feiererei-Mai-Gedöns durchhaben. Wie ihr jetzt seht, das ist der 30. April, also einen Tag vor dem 1. Mai. Allerdings werdet ihr das hier erst am 1. sehen, weil es ist halt schon spät und YouTube muss auch erst mal verarbeiten. Allerdings kann ich dann jetzt schon mal sagen, im Laufe des Tages, also am Samstag, dem 1. Mai, so ab 16 Uhr irgendwann, ich weiß noch nicht wann genau, irgendwann ab 16 Uhr, werde ich höchstwahrscheinlich streamen. Denn ich habe ja noch ein einziges Meerestier nicht gestiftet, dem Museum. Und das ist der Griffelseeigel und der ist wieder ab Mai verfügbar. Und zwar sieht man jetzt leider nicht ab 16 Uhr, also zwischen 16 und 9 Uhr morgens. Und da werde ich dann also im Stream versuchen, ihn zu fangen und zu spenden. Und werde dann einen entsprechenden Ausschnitt, ähm, ja, dann auch auf meinem Kanal hier posten, auf YouTube. Und ich weiß nicht, warum ich zum Bankautomaten gehe, denn ich muss eigentlich nur zu Snook. Oder ich kann auch schon direkt zum Flughafen, ich bin mir nicht sicher. Hallo, hallo, ja, ja. Wir veranstalten gerade das, äh, tolle Event hier, die Mai-Feiererei. Cool, ne? Ja, klingt nach Spaß, du brauchst dafür jedenfalls nur ein Mai-Feiererei-Ticket und das, äh, bekommst du am Flughafen. Das Ticket kannst du jederzeit bis zum 7. Mai einlösen, also viel Spaß damit, ja, ja. Ich würde, äh, hierher, ich würde hinterher gerne hören, wie dir der Kurztrip gefallen hat, ja? Also, viel Spaß. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, da konnte man, glaube ich, sagen, so, jo, gefällt mir, gefällt mir nicht oder sowas, was keinen Unterschied macht. Denn ich bin dir 100% sicher, dass das nicht an Nintendo zurückgeht. Außerdem hören sie ja sowieso nicht auf Feedback. Ne, ja, also ich, ach ja, wo ich nämlich gerade dabei bin. Ähm, es gibt in diesem Update tatsächlich noch eine kleine, ich möchte es gar nicht aussprechen, eine kleine Quality-of-Life-Sache, die das Träumen mal wieder betrifft. Also, dieses Feature mögen die offenbar ganz gerne. Das pflegen sie nämlich so ein bisschen. Man kann jetzt mit der Minustaste in einem Traum den Traum auch direkt beenden. Man muss nicht direkt zurück zum, äh, Festplatz laufen. Oh, du bist es. Ja, hier, guck mal, ich habe einen Mai-Feier-Artikel mit deinem Namen drauf. Hast du Bock? Ja, ja, komm, laber mich nicht voll. Auch wenn es ein anderer Dialog ist als sonst, ja. Sollte ich eigentlich auch appreciaten. Aber über diesen Punkt bin ich leider hinaus. Es tut mir leid. Ja, ja, das wird von Don't Look organisiert, schön. Das habe ich letztes Jahr auch alles genau in der Form vorgelesen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nichts am Dialog geändert haben. Also, yo, mach. Ja, ähm, in den Patch-Notes, ähm, ich habe das bei N-Tower gelesen, ähm, da stand dann drin, von wegen, äh, Träume können jetzt mit der Minustaste beendet werden. Und ich konnte mir dann nicht den Kommentar nehmen lassen, auch wenn, ich, ich habe dann so geschrieben, ich finde das Update zwar eigentlich, also, ich finde das eine sehr sinnvolle Änderung, aber ich kann mir diesen Seitenhieb trotzdem nicht, äh, ich, ich muss diesen Seitenhieb einfach bringen, ja. Im Träume beenden ist Nintendo halt ja ziemlich gut schon. Also, die haben ja schon Erfahrung und ja. Ja, das, das wissen wir hier in Animal Crossing und alles. Und ja, ja, ich bin in einem Labyrinth und ich kann die Notrettung rufen. Ja, ja, ich brauche keine Infos, alles gut. Wenn ihr den detaillierten Dialog lesen wollt, dann schaut einfach ins letzte Jahr rein. Also, irgendwann, keine Ahnung, das Spiel kam im März raus, Ende März, also paar 30, 40 vielleicht, keine Ahnung. So, wir haben eine Schaufel. Keine Wackelschaufel, das heißt, wir können schon ein paar Sachen damit ausgraben, das ist schon mal gut. Dann fangen wir doch mal hier an. Ja, also, für die, die MyFile-Rein nicht kennen, es ist ein Labyrinth und wir müssen zu einem bestimmten Charakter, den wir da oben schon sehen, im Schatten, ähm, bis zu dem müssen wir vordringen. Und mir fällt gerade auf, dass ich mein Mikrofon nicht, ich, ich hab mein Mikrofon nicht, ähm, ja, nochmal dran gewackelt und hundertprozentig versichert, was ich eigentlich nicht kann, ähm, dass es da jetzt keine Soundstörung gibt. Ich hoffe mal, das läuft jetzt hier smooth, aber ich kann's halt wirklich nicht garantieren. So. Okay, links und rechts käme man halt nicht weiter, weil da ist halt vor dem Busch jeweils so ein Graben. Deswegen kann man da nicht einen Busch ausgraben oder rüberspringen. Das schließt sich gegenseitig aus. Und hier haben wir Holz. Ich geh mal davon aus, damit müssen wir uns dann selber Werkzeuge craften gleich. Hier haben wir zwei Kirschen. Okay, also ich mach erstmal so eine kleine Materialsichtung und schau mal, was hier so abgeht. Hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht nach unten weiter. Ja, hier tauschen wir im Endeffekt eins gegen eins. Also eine Kirsche gegen eine weitere Kirsche, die wir da finden. Deswegen können wir den Weg ruhig frei machen. Hier müssten wir eine Kirsche für Hartholz investieren. Ja, das machen wir. Dann machen wir das. Wir könnten uns halt auch irgendwie eine Axt craften. Das wäre halt jetzt die andere Variante. Wir machen erstmal hier weiter. Für die Büsche braucht man ja keine Sachen. Hier ist wahrscheinlich das DIY für eine Axt, Wackelaxt oder irgendwie sowas. Eine Leiter. Ach, eine Leiter. Alles klar. Ich muss mir jetzt hier also eine Leiter zusammenbasteln. Okay. Ah, und da drüben ist die Werkbank. Stimmt. Ich hab jetzt gerade auch irgendwie gedacht, ich könnte das bei Bodo machen. Ne, nicht bei Bodo, bei Udo. Bodo ist ja mit uns hier. Aber ne, stimmt. Der gibt uns ja nur Werkzeuge, wenn wir Meilen einlösen. Aber wir können ja da nichts bei ihm craften. Und das ist auch keine normale Meileninsel, wo wir dann eben eine Werkbank standardmäßig vorfinden. Okay. Das heißt, wir müssen... Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Muss ich nochmal schauen hier. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ich muss zur Werkbank. Ja, das ist das nächste, was wir definitiv machen müssen. Alles klar. Alles klar. Dann war es schon mal gut, dass wir die eine Frucht da nicht investiert haben. Oder? War es das? Naja. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile genug habe für eine Leiter. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber so gar nicht. Okay. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nichts irgendwie verkackt habe. Ach ja, ich komme jetzt hier weiter. Kam ich hier vorhin... Nee, ich kam noch nicht von oben, weil genau hier stand der Baum. Dadurch konnte ich jetzt hier Früchte bekommen. Ja, 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 ja. Und wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich mir das Hartholz holen und ich kann dann da oben weiter und den Stein kaputt machen. Okay. Also erstmal hier den Baum und dann den Stein, oder? Na gut. Ich könnte den Stein kaputt machen oder hier den Baum weiter ausgraben. Hm. Ja, es ist hier eine Entscheidung. Decisions. Decisions. Da oben ist aber auf jeden Fall eine Frucht. Dann gehe ich da weiter. Aber ich meine, Nintendo wird da auf keinen Fall irgendwie 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 so was so eine Sackgasse einbauen. Irgendwie, dass man nicht mehr weiterkommt, weil man irgendwas falsch investiert hat. Ich meine, das sind... Die Leute haben Zelda Dungeons entwickelt. Die wissen, wie man alle möglichen Szenarien bedenkt. Da habe ich zum Glück jetzt keine Bedenken. Wir haben... Doch, wir haben noch eine Kirsche. Okay. Oben lang oder links lang? Na gut. Da oben kämen wir halt ans theoretische Ziel. Was uns allerdings noch nichts bringt. Ja, okay. Und da kommen wir zurück, oder? Liegt dahinter? Was ist die Frage? Weil was bringt mir das da sonst? Aber ich habe auch noch nicht... Also... Ich würde jetzt tatsächlich lieber mal zurückgehen. Natürlich kann es sein, dass ich das umständlich mache. Es kann auch sein, dass es mehrere Lösungen gibt. Aber spontan, um auch wirklich nicht zu verkacken, falls das doch irgendwie geht, möchte ich jetzt eigentlich lieber da oben weiter. Aber was bringt mir das Hartholz? Dann habe ich doch trotzdem noch nicht genug, oder? Ach, scheiß drauf. Ich gucke erstmal nochmal, was ich denn brauche. Doch, ich brauche nur noch das Hartholz. Alles klar. Dann war das auf jeden Fall schon mal nicht die schlechteste Entscheidung. Dann kann ich jetzt hier nämlich gleich die Leiter craften. Aber wenn ich jetzt die Kirsche an der anderen Stelle platziert, äh, wenn ich die an der anderen Stelle genutzt hätte, frage ich mich halt, also wenn ich den Baum da ausgegraben hätte, läge da auch nochmal Hartholz? Scheint mir fast die einzige Möglichkeit zu sein. Ja, ich will nicht weitermachen. Also das hinter diesem Bereich da, dass da nochmal Hartholz liegt, das will ich jetzt direkt mal, ach so, ich komme von hier aus auch gar nicht dahin. Ach du Kacke, Moment. Moment. Ach so, aber, hier oben ist ja noch ein, das ist eine Axt oder was ist das? Ja, eine Axt, sehr schön. Hier haben sie auch wieder diese alte Kategorie zurückgebracht, diese Morsch-Axt, die gab es, glaube ich, auch damals schon hier auf dieser entsprechenden Meileninsel, ähm, Maifeierei-Insel. und die hält halt wirklich nur einen Schlag oder sowas. Ob die die beiden Bäume aushält? Ach ja, why not? Ich hoffe einfach mal, dass sie zwei Bäume aushält, weil sonst wäre das jetzt ein bisschen doof. Nein! Scheiße! Ähm. Äh. Ja, das, das ist jetzt maximal beschissen. Habe ich es jetzt vielleicht wirklich verkackt? Ich sehe halt gerade nicht, wie ich da jetzt wieder rauskommen kann. Oh no. Oh no. Ja, ich bin, ich bin gerade challenged, absolut. Das Problem ist, ich wusste nicht, wie viel die Morsch-Axt aushält, sie hält tatsächlich nur einen Baum aus. Und von der Seite wäre ich ja auf jeden Fall da hochgekommen, also ich weiß auch gar nicht, warum ich das so versucht habe, ich töte. Äh. Hier hätte ich ja Safe-Kirchen gehabt. Ich glaube, ich habe es verkackt. Scheiße. Ich glaube, ich habe es echt verkackt, oder? Oh nein. Also ich sehe jetzt gerade keinen anderen, keinen anderen Weg. Oh nein, oh nein. Es gibt doch keinen Bereich, den ich jetzt irgendwie mit der Leiter noch erforschen könnte, oder? Hier komme ich ja nicht hoch. Da ist die Mauer im Weg, hier, ja, ist der Busch im Weg. Absichtlich natürlich. Hm. Ja gut, was passiert denn, wenn ich jetzt, ja, die Notrettung will ich ja nicht rufen, im Sinne von, ich muss hier raus, sondern ich muss jetzt, ähm, wieder von vorne anfangen quasi. Gibt es die Möglichkeit, irgendwie, äh, Navideffekt oder Bananenmilch auf dem Flugplan verschüttet, was, was? Ich sag mal, ich brauch mal einen Tipp. Du brauchst einen Fingerzeig, ja, also lass mich kurz überlegen. Also schön, nehmen wir mal an, dir ist ein Baum im Weg, du hast zwei Optionen, ja, Obst essen und ausgraben oder fähr den Baum mit Naxx. Ja, soweit bin ich auch. Ich glaub, ich bin da gerade an einem Dead End tatsächlich. Äh, ich brauch Werkzeug. Negativ, tut mir leid, Mann, aber das geht nicht, ne? Habe ich jetzt quasi einfach die Challenge verkackt oder wie sieht's aus? Ich mein, ich kann nichts mehr machen. Weißt du, so viel zu von wegen, ja, ja, das macht Nintendo schon nicht. Ich hab's noch gesagt. Ja, ich glaub, dann müssen wir mal Fan oder Lucia hierher. Schick. Ich weiß halt gerade wirklich nicht, wie ich das sonst noch retten soll. Aber es ist halt auch das, na, weißt du, ich mein, klar, man kann sich denken, boah, Scherkel, das hält nicht lang, aber weiß ich, ob das jetzt ein Baum oder zwei Bäume hält. Mal vom reinen Prinzip her, ich suche wieder Wanders die Schuld. Aber, äh, ich hab keine Möglichkeit mehr. Ich hab keine Beschissene, Möglichkeit mehr. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, keine Ahnung. Muss ich jetzt zurückfliegen? Vielleicht gilt das Ticket dann wieder? Ja, was soll ich anderes tun? Ich nimm jetzt einfach mal die Notrettung, mal gucken, was passiert. Ja, ich ruf die mal. Ist mir auch egal, wenn das Meilen kostet. Tag, hier spricht die Notrettung, Spezialisten für Klemmen, Misere und bla 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 bla. Niklas von Modonia wieder, ach du sag, ja komm, 100 Meilen, ja komm, ich hab minimal mehr. Schlau ausköpfchen, ja, lass mal rüberwachsen, hey. Treibst du dich gerade auf einer von diesen Labyrinthinseln da rum? In dem Fall, äh, direkt beim Flugzeug, oder? Ja, ja, mach ruhig. Äh, äh, verfliegst du Knöpfe daran, gewöhne ich mich nie, ja, da ist der Knopf, da kann die Post ja abgehen. Rette dich, wer kann, ja, ja. Toller Gag. Oh Mann. Er sagt, die Insel sieht aus wie zuvor, aber ja, das bringt mir ja nichts, ne? Doch, 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 Notrettung. Okay, das, das ist tatsächlich der Reset. Ja, hätte ich mal zugehört vorhin, dann wüsste ich's auch. Ihr habt's ja alle schon geschrien. Beim letzten Mal, im letzten Jahr ist mir das nicht passiert, deswegen, gut. Also man muss 100 Meilen quasi ausgeben, um den ganzen Scheiß nochmal machen zu dürfen. Nur weil man nicht wusste, wie morscht die Morsch-Axt wirklich ist. Ja, danke. Ja, wie gesagt, ich, ich beschuldige hier wieder andere, weil theoretisch hätte ich auch einfach nochmal eine Sekunde länger nachdenken können und mir denken können, hm, auf der anderen Seite gibt's auch Kirschen da oben, was mir in dem Moment einfach nicht mehr bewusst war. Und du hast einen ähnlichen Benefit. Das Einzige ist halt jetzt, dass du da bei der anderen Stelle drei Kirschen bekommst. Allerdings hast du da auch zwei Bäume im Weg und nicht nur einen. Ach, das ist ja alles beschissen. Aber ich glaub, das ist das einzige Dead End, was es so gibt, oder? Weil hier hätt ich ja den, oder muss ich den Baum wirklich fällen? Ich mach's lieber nochmal so rum, wie ich's gerade gemacht hab. Da bin ich ja erst hierhin gerannt. Einfach nur, um sicherzugehen, dass wir den ganzen Kram gleich nicht nochmal machen dürfen. Weil das muss jetzt echt nicht sein. Aber hey, ja, so beschäftigt mich das Update länger, ne? Auch mal so sehen. Äh. Ja, ich red mein eigenes Versagen. Schön. Was soll ich auch sonst noch tun? War das jetzt überhaupt richtig und sinnvoll? Ja, doch, klar, logisch. Hier komm ich jetzt an die Kirschen ran, hier an die beiden. Und mit den beiden komm ich jetzt da oben an das Hartholz. Und da, wo ich wohin extra noch nicht das Holz gesammelt hab. Und dann werde ich hier auch erst wieder hingehen, wenn ich gleich wieder die ganzen, also, die beiden Kirschen von da oben hab. Also, es würde mich aber mal interessieren, äh, liegen hier immer Kirschen rum, oder ist das wirklich die Stadtfrucht hier? Es wäre wieder so diese typische Liebe zum Detail von Nintendo, während sie das große Ganze vernachlässigen. Wundern würde es mich jetzt nicht... Moment, hä? Moment, ist das richtig? Moment. Ach ja, ja, doch, klar, logisch. Warte, 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 warte. Ich muss jetzt hier einmal das ausgraben. Oder? Moment. Jetzt bin ich doch gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ähm. 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 Warte mal, was? Mir fehlt jetzt noch ein Weichholz und zwei Holz. Hä? Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber irgendwas habe ich doch jetzt wieder anders gemacht, oder wie? Ich muss erst da oben... Äh. Hä? Ach, leck mich. Hä? Ich muss meine Schritte nochmal ganz genau rekapitulieren. Weil ich eigentlich dachte, ja, das war ja jetzt gar nicht so schwierig. Ja, doch, es gibt doch noch mehrere Sackgassen, wie es scheint. Oder ich bin einfach jetzt gerade viel zu blöd, um irgendwie was zu finden. Ja, leck mich doch, laber nicht so viel, Jung. Nein, ich will nicht hier... Äh. 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 Was freue ich mich wieder auf den Gamecube-Teil? Ne, jetzt ohne Witz, also... Ach. New Horizons ist immer noch mein Lieblingsspiel. Es ist ekelhaft, aber es... Ich muss es sagen, weil es ist so, aber... die Unzufriedenheit wächst ins Unermessliche. Nochmal, das bin ich jetzt auch absolut selber schuld gewesen, aber diese ganzen Dialoge... Ich hab genau den gleichen Dialog vor drei Minuten gehört, weil ich so blöd bin. Ähm, und darf genau den gleichen jetzt nochmal in genau der gleichen Länge hören. Und jetzt muss auch noch Udo wieder seinen Senf dazugeben. Äh. Macht es auch noch Spaß, mir zuzuhören? Ich würde es verstehen, wenn nicht. So, pass auf. Das ist ja auch erstmal unsere einzige Möglichkeit. Alles klar. So wie das auch hier die einzige Möglichkeit ist, diesen Baum mit der Kirsche auszugraben. So. Äh, warum ist Essen nicht die erste Option? Was soll der Scheiß? Äh. Das ist nicht intuitiv, Nintendo. Das ist einfach nur dumm. Also da muss auch einfach nochmal so ein Rant über Kleinigkeiten sein. Hier sind zwei Kirschen. So. Genau, hier hatte ich gesagt, hier tausche ich ja sowieso nur eins gegen eins, deswegen ist es auch egal. Das können wir auch machen. Der Stein muss sowieso irgendwann weg. Hier habe ich gesagt, das mache ich lieber erst später. Das heißt, hier brauche ich auf jeden Fall noch zwei Kirschen zu dem Zeitpunkt dann, wenn ich hier hinkomme, hier hin zurückkomme. Habe ich den Stein ganz oben später zerstört? Wahrscheinlich, ne? Ich habe den, glaube ich, später zerstört. Ich dachte eigentlich, ich hätte das früher getan, aber oder es würde halt keinen Unterschied machen, aber doch, es macht einen Unterschied. Ich muss erst mit den beiden Kirschen den Stein und den Baum aus dem Weg räumen, damit ich an zwei weitere komme. und mit denen muss ich dann erst mal nach rechts den Weg freimachen. Und dann kann ich mich hier um den Stein kümmern. Wobei der Stein kann, ne, wobei, den Stein brauche ich. Genau, ja, ja, doch, das ist die richtige Reihenfolge dann hier. Also auch die einzig mögliche. Jetzt den Stein da oben zu zerstören würde bedeuten, dass ich eben genau diese eine Frucht zu wenig habe da auf der rechten Seite. Deswegen müssen wir zwangsläufig jetzt nach rechts laufen. müssen den Baum unten und den Baum hier oben ausgraben und bekommen dann eben wieder Zugang zu weiteren Früchten. Mit denen wir dann zunächst mal den Stein zerstören können. Also ich glaube, da liegt sogar noch eine Kirsche. Dann kann ich den Stein zerstören, der die restlichen Hartholzstücke noch, ja, unzugänglich macht für mich. Sodass ich dann die Leiter craften kann und dann kann ich hier rüber und mit der Morsch-Axt, die ja oben liegt, für die ich die Leiter brauche, kann ich diesen einen Baum fällen. Hätte ich das halt einfach direkt so gemacht, ne, aber ich wollte ja wieder experimentieren. Ich dachte ja schon, es passiert schon nichts. Naja, naja. So, einmal hier rüber, dann wieder den ganzen Kreis laufen hier und jetzt den Stein zerstören und dann sollten wir von allem vier haben. Das sieht gut aus. Nicht ablegen. Warum ist das die erste Option? Mann. Es wäre in Ordnung, wenn es immer die erste Option wäre, Sachen abzulegen, aber das ist nicht so. Und das ist das, was es nervig macht. Man kann nicht einfach UI, UX technisch, man kann nicht einfach, UX ist auch eigentlich ein ekelhaftes, entweder UX oder UX, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Es, ah, das, das macht man nicht. Wenn man einen Speichern-Button und einen Schließen-Button auf einer Webseite hat, dann macht man auch nicht plötzlich einmal den Speichern-Button links und einmal rechts und den anderen Button dann auf der anderen Seite. Das macht man nicht. Man hat ein Konzept normalerweise und das Konzept hier ist kein Konzept zu haben und das nervt. Es nervt, es nervt hart. Ich meine, klar, manche Sachen sind manchmal nicht verfügbar, aber das, was immer verfügbar ist und das ist Ablegen. Scheiße. Das muss doch dann irgendwie immer ganz oben sein. Ich verstehe es nicht. Warum macht man das so? Warum? Warum? Und warum habe ich jetzt auch einfach wieder diese Axt vergessen? Weil ich in Rajo war. So, dich brauche ich doch. Scheiße. Scheiße ist auch ein sehr oft genutztes Wort in diesem Part. Absolut. Vor allem dieses Entrüstete und, äh, ja. Aber, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Es ist gleich geschafft. Wir laufen noch einmal diese Spirale hier lang. Können dann mit der Morsachs diesen einen Baum fällen, können uns Zugang zu zwei weiteren Kirschen verschaffen, können damit dann die Bäume hinten aushebeln, kommen damit zu vier weiteren Kirschen, können dann wieder hier hin zurückkehren, den einen Baum da ausgraben und weiß ich nicht, was wir mit den restlichen machen. Wahrscheinlich die Steine zerstören. Also ein Stein war auf jeden Fall noch unten, der Tickets bereithält oder Coupons, Sterniskoupons sind das, glaube ich. So, hier liegt nichts, ne. Das habe ich mir auch gedacht. Also mittlerweile habe ich mir das zumindest gedacht. So. Das Tolle ist aber, wir haben jetzt eine Abkürzung und müssen nicht wieder diesen ganzen Weg rumeiern, sondern können jetzt einfach den Busch ausgraben und hier wieder runterklettern. So. Sehr gut. Ah, hier müssen wir aber unten lang und jetzt haben wir noch zwei Kirschen am Start. Richtig, richtig. Beide einmal essen und direkt nutzen. Dann die Leiter nutzen und dann haben wir drei weitere Kirschen. Ja, dann sollte ich vielleicht versuchen, da oben zu dem Stein erstmal zu kommen, weil wir da, das ist quasi so die optionale Entscheidung, die wir jetzt treffen, weil wir da unsere Kirschen vervielfachen können. Aber ich weiß noch nicht, wann wir da überhaupt hinkommen. Das ist die andere Sache. Hier kommen wir auf jeden Fall auf der Seite jetzt weiter. Das war mir auch noch gar nicht bewusst, wie das ist. Okay, schauen wir mal. Hier wären wir jetzt am Ziel. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir damit 100% bekommen können. Es tut mir leid, ich möchte das nochmal ein bisschen genauer gerade erforschen, weil ich würde dann schon gerne alles mitnehmen, auch einfach um es gemacht zu haben, nicht um die Sternikupons zu haben, die sind wertlos, sind wir mal ehrlich. Aber das reizt mich gerade zu sehr, das jetzt erstmal rauszufinden. Guck mal, hier sind nämlich drei Steine, so. Und wir müssen noch eine Kirsche investieren. So, okay. Das ist soweit klar. Hier kommen wir auch nur von dort hin. Und von dort kommen wir nur von oben, ja, okay. Wir dürfen halt einfach nur nicht unten direkt alle Kirschen für die Steine verballern, weil wir dann da oben nicht hinkommen und dann irgendwas verpassen. Nachricht. Ich weiß nicht, was genau wir da verpassen. wie genau das ist, aber wir sollten safe sein, wenn wir jetzt eine Kirsche hier investieren und da hochgehen. Das sollte kein Problem sein. Ich wette, der hat wieder nur den Koffer für uns. Also es würde mich tatsächlich wundern, wenn es was anderes wäre. Es würde mich freuen, aber es würde mich sehr wundern. Daran glaube ich einfach nicht. So, Olli, was geht? Du Sack. Oha, du hier, so ein Zufall aber auch. Glückwunsch, du hast es bis zum Ende geschafft. Ja, wir haben uns ewig nicht gesehen, oder? Ja, es ist gerade mal ein paar Tage her, dass ich dich im Zug gesehen habe, aber okay. Ja, erzähl doch mal, wie geht es hier eigentlich so? Ähm, naja, muss ja, ne? Lieber Scholli, das tut mir leid, aber wenigstens haben wir uns mal wieder gesehen, hä? Vielleicht wird uns das Leben ja damit sagen, dass wir uns einfach über die kleinen Dinge freuen sollen. Will Nintendo damit gerade ihre Update-Politik rechtfertigen? Wenn ja, fuck you, ehrlich. Denn wenn die großen Sachen schief laufen, ist es umso wichtiger, dass man die kleinen Freuden hat. Äh, weißt du was? Ich schick dir eine Karte, Ach ja, er gibt mir ja nicht mal direkt das Item. Naja. Aber gut, ich wollte ja morgen sowieso streamen, dann kann man mal nachschauen, was da per Post gekommen ist. Es triggert mich eigentlich, äh, sorry, es ist zwar jetzt nur noch für ein, zwei Mal, aber die Schaufel hat bei mir rechts zu sein. So. Ich bin das zu sehr gewohnt jetzt. So, die Dinger nehmen wir. Wie sind das eigentlich? Wir können ja eigentlich unser ganz Inventar nicht mitnehmen, ne? Sind das hier irgendwie Ausnahme-Items oder was? Oder? Ich weiß es nicht. Naja. So. Sobald wir diese eine Kirsche gegen zwei getauscht haben, haben wir auch die Möglichkeit an die Sachen unten ranzukommen. Wir dürfen halt nur nicht zwei Kirschen schon verschwenden hier, bevor wir hier hingehen. Und wir dürfen noch nicht vergessen, die Kirschen überhaupt erstmal zu essen. Eine nach der anderen natürlich. Grüße gehen raus, Nintendo. Und dann holen wir uns noch die letzten recht wertlosen Sterni-Coupons. Natürlich, ich sag das immer aus meiner Reaktive, der das Spiel halt schon ja hat. Wenn man das Spiel vielleicht gerade mal eine Woche spielt, dann sind die Sterni-Coupons sicherlich sehr nett, aber hier sind es halt wirklich einfach nur Items. Von wegen, sag ja, irgendwas sollten wir noch geben hier. Nimm doch die Dinge. So, das wär's. Wir haben die ganze Insel gecleatet und bekommen jetzt von Olli dann morgen ein Item. Und insofern würde ich auch sagen, wir beenden diesen Part hier. Wobei, ich würde mich noch gerne bei Tomlood beschweren. Ja, ich bin absolut mit Überschall durchgeflogen. Hast du ja gesehen, ne? Ja, möchte ich nicht. Alles gut, alles gut. Ich möchte bitte nach Hause. Bis zum nächsten Jahr vielleicht. Ja, Nintendo hat ja so eine Mini-Roadmap gegeben, was eigentlich nur heißt, wir machen genau dasselbe wie letztes Jahr. Wie oft willst du mich eigentlich noch fragen, ob ich bereit bin? Ja, es gibt wie letztes Jahr auch wieder die Museumstour, diesen Tag des Museumsgedöns Zeugs, was irgendwie in der Woche oder zwei oder so geht, wo man Stempel im Museum sammeln kann, diesmal auch mit der Kunstgalerie, die letztes Jahr erst im Juli gekommen ist. Und die Tour war, glaube ich, auch im Mai, Juni, irgendwann. Und im Juni wird wieder Hochzeitssaison sein, das heißt, auf Habeys Insel können dann wieder Fotos gemacht werden von Björn und Rosina und entsprechend auch wieder die Hochzeitsitems bekommen werden. Ja, also alles eigentlich nur alter Kram, kalter Kaffee, weiß ich nicht, alter Kuchen. Aber ja, ich möchte darüber nichts mehr sagen. Hallo Tom, was geht? der sieht so rund aus hier, ich bin jetzt einfach diese Gamecube-Optik gewohnt. Oh, ich habe gehört, du warst auf der Mai-Feier-Reihtour dabei. Ja, ich habe keine Kosten dafür gescheut. Was? Was? Streich mal das nicht. Äh, ja, das war ganz okay. Tja, die Geschmäcker sind nun mal verschieden, ja, ja. Wenigstens hattest du ein bisschen Spaß, ja, ich konnte ja auch leider nicht Nein wählen, danke. Außerdem habe ich gehört, dass du es durch das Labyrinth geschafft hast. War wohl zu einfach für einen großen Abenteuer deines Kalibers. Es war auf jeden Fall schwieriger als letztes Jahr, das appreciate ich, muss ich sagen. Ihr habt Mondonia erst mit Leben gefüllt, ja, und Nook Inc. wird euch natürlich weiserner Kräfte unterstützen. Leider sind unsere Kräfte sehr begrenzt, äh, weißt schon, ne. Wir sitzen ja alle im selben Boot oder auf der selben Insel, ne. Ja. Vielleicht tut uns ja auch irgendwann mal ein Boot ab, in Richtung Spaßinsel, so Käpt'n oder so, ne. Wer weiß, wer weiß, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen beim Stream einschalten würdet, dann versuchen wir mal den Stachelseeigel zu fangen, ich bin gespannt, ob das klappt, ich hatte das ja schon mal bei jemandem auf Reddit versucht und das hat innerhalb von zwei Stunden nicht geklappt, obwohl der Zeitrahmen gestimmt hat, das war echt ziemlich, ziemlich traurig. Mal schauen, mal schauen, ich würde mich freuen, wenn es klappt und würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt oder dabei seid, bis dahin, tschüss.